Die 6 besten Tigi Haarprodukte. Entdecken Sie die neuen Trends. Ich bin begeistert von dem Bad Hat by Tigi Urban Antidotes Resurrection Shampoo und Conditioner für geschädigtes Haar. Ich habe es vor ein paar Wochen gekauft und bin sehr zufrieden. Es hat mein Haar wieder weich und glänzend gemacht. Meine Kopfhaut fühlt sich auch viel besser an. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Der Duft ist angenehm und frisch. Ich benutze es jetzt regelmäßig und empfehle es jedem, der nach einem guten Shampoo und Conditioner sucht. Es ist ein sehr gutes Produkt und ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe das Bad Hat for Men by Tigi Matte Separation Styling Wax für festen Halt, 85 Gramm, einer Pack ausprobiert und bin begeistert. Es lässt sich leicht auftragen und hilft, mein Haar in Form zu bringen. Mein Haar sieht nach dem Auftragen viel gesünder und glänzender aus. Es hält den ganzen Tag und gibt meinem Haar einen tollen Look. Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt und würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich liebe das Bad Hat by Tigi Masterpiece Shiny Haarspray. Es hält meine Frisur den ganzen Tag über und lässt sie gleichzeitig glänzen. Es ist leicht aufzutragen und lässt sich leicht wieder ausbürsten. Es hinterlässt keine Rückstände und mein Haar fühlt sich weich an. Es ist auch sehr ergiebig und ich benutze es jetzt schon seit ein paar Monaten. Ich empfehle es jedem, der nach einem starken Halt und Glanz sucht. Ich liebe das Bad Hat by Tigi Queen for a Day Volume Verdickungsspray für feines Haar. Es ist einfach zu bedienen und das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Mein Haar fühlt sich voller und viel voluminöser an. Es hält den ganzen Tag und gibt mir ein sehr natürliches Aussehen. Es ist auch sehr ergiebig und ich kann es für eine lange Zeit verwenden. Ich kann es nur empfehlen, wenn Sie nach einem tollen Volumenspray für feines Haar suchen. Ich liebe Bad Hat by Tigi Manipulator Matte Haarwachspaste. Es ist ein sehr starker Halt und lässt sich leicht anwenden. Es hält meinen Stil den ganzen Tag und gibt meinem Haar einen matten Glanz. Es ist ein sehr gutes Produkt und ich empfehle es jedem, der einen starken Halt und ein mattes Finish wünscht. Ich habe es auch schon mehreren Freunden empfohlen und sie waren alle begeistert. Es ist ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und ich werde es auf jeden Fall weiterhin kaufen. Ich liebe die Bad Hat by Tigi Smalltalk Volumen Styling Creme für feines Haar. Es ist ein tolles Produkt, das mein Haar wirklich gut aussehen lässt. Es gibt meinem Haar viel Volumen und macht es weich und glänzend. Ich benutze es jeden Tag, um meine Frisur zu vervollständigen. Ich kann es wirklich empfehlen. Es ist ein sehr gutes Produkt, das sehr lange hält. Es ist auch sehr erschwinglich und es lohnt sich, es zu kaufen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde es jedem empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.